Tja. Wo bin ich denn eigentlich das nächste Tor? Da hinten. Ups. 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 So, ich verbau die jetzt noch grade hier. Das ist schon mal ein ganzes gutes Stück. Der Mauer ist ja schon mal fertig. Mhm. Das stimmt. So, ein paar Steine sind ja wieder fertig, ich könnte welche geben. Ja, ich denke wir machen langsam Pause. Hast du noch welche Steine bei dir? Ich verbrauche grad die letzten. Hm. Das war der letzte. Zack. Ah, hier müssen wir mal gucken was wir machen. Hier muss der Knick auch wieder raus. Ne, aber sonst. Oh, das kann ich noch wegmachen hier. Welcher Knick? Da ist so ein kleiner Knick drin. Ja. Musst du raus? Ja, den machen wir noch raus. Was? Also du darfst ja keine Steine verlegen. Äh. Doch, aber in, 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 also so wie bisher gebaut weiter. Ähm, warte mal. Also ich möchte nachher die Steine hier, na jetzt hab ich die nicht ausgewählt, die Steine nach hier versetzen. Hm. Das solltest du weiterbauen, ja? Genau. Oh, da stehen aber die Bäume im Weg. Ja, können wir später weg machen. So. Ähm. Ja. Ja. Gefällt mir. Ich bin beschäftigt. Mit einem Skelett? Ähm. Ha? Nein. Mit einem Skelett? Ich laufe gerade noch mal kurz zum Buddy rüber. Gucken wir mal an, was der so gemacht hat. Dann bin ich ganz fertig. Ja, ist ja nicht schlimm. So, und dann ein Glas. So. Ah, hier geht's raus zu den Feldern. Und hier ist die Etage, die obere. Aha. Ah, da hat er noch was gemacht. Ja. Dann bin ich ganz fertig. Da kommt man auch nur von außen hin, ne? Hm? Da muss man auch von außen hin gehen. Ah. Noch ein Räumchen. Da muss man noch hier noch bauen, da. Da muss man auch noch Räte wegmachen. Mal ein bisschen. Türchen. Tschüss. Tady ist da, tja kvatsch, ja. Nies. Badečka, baut tak. So. So. Das heisst... Ja... Ist schon raus? Ja, jetzt fehlen. Hm... Jetzt da, so... Dann muss... Oh, was hast du denn hier gemacht? Wer? Du. Die Mauer gerade gezogen. Aber die geht doch nur bis hier. Nein! Ich hab überhaupt gerade gebaut. Immer weiter geradeaus. Ich hätte hier abbiegen müssen, ne? Ja. Nein! Ich war gerade so schön in Fahrt. Okay. Ich baue ab. Etwas zu sehr in Fahrt. So. So. Ja. So. Wo hätte ich hier abbiegen müssen? Warte. Ja. Es kommt hier eine Stufe? Mhm. So. Ich verschwinde jetzt einfach meine Steine und dann machen wir ein Päuchen. Davor ich wieder irgendwo was geradeaus baue. So. 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 Dann tun wir die jetzt hier hin. So. So. Ach wohl. Ich mach das hier. Die Ebene muss auch noch weg. Welche? Hier die Grasebene. Mh. So. So. Ja. Die Ebene alles. Ja. Die Ebene alles. So. 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 Mann bin ich froh, wenn die Mauer endlich mal fertig ist. Mhm. So sieht es schon besser aus. So, dann ab, Frau das Bettchen. So, so wie auch keiner mehr. Schwups. Ich sehe da ein paar Co da hinbauen. Ne, in Carport für mein Auto. Achso. Doch, ich finde langsam macht sich die Stadtmauer doch ein bisschen. Mhm. So. Ist riesig, ne? Aha. Doch, ist schon ganz okay. Aber da müssen ja noch Fell, also Tiere. Mhm. So, ich stehe vor dem Bettchen. Ja, dann würde ich sagen, bis demnächst. Tschüss. 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 Tschüss.